Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik-Podcast, Episode Nr. 199. Hi, mein Name ist Joris Wittjajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode haben wir Tobias Gavrisch mal wieder zu Gast. Und zusammen geben wir dir einen Rückblick über die vergangene Tierweltmesse in Magdeburg mit allen Special Events, dem Aquascaper Meet & Greet, der Art of the Planet Aquarium Contest, der ERPLC-Verleihungszeremonie, der Scapers' Night und der Meisterschule. Also lehn dich zurück und genieß die Show. Hallo Tobi und schön, dass du da bist. Hi Joris, schön mal wieder hier zu sein. Ja Tobi, du bist ja schon unser Stammgast hier, aber gehörst ja auch mittlerweile fest zum myfish-Team. Wer noch nicht von myfish-TV gehört hat, unbedingt bei YouTube auschecken. Was ist da die letzte Folge aktuell? Letzte Folge ist gerade noch zum Thema Fischkrankheiten, aber es kommen tatsächlich jetzt auch noch Folgen aus Magdeburg, also von der Tierweltmesse selber, wo wir auch heute darüber sprechen wollen. Ja, perfekt. Perfekte Überleitung, Tobi. Genau, da tauchen wir jetzt auch gleich ein. Wir beide waren vor Ort. Ich glaube, ich war vor dir da am Freitag und du bist erst am Samstag gekommen. Genau, ich konnte erst Samstagmorgen kommen. Genau, wir haben das Thema Magdeburg ja in vergangenen Episoden schon ein bisschen thematisiert. Da hatten wir das schöne Interview mit der Frau Hesse. Sie hat das Ganze organisiert, leider dieses Jahr zum letzten Mal. Das haben wir dann im Laufe der Messe erfahren. Nichtsdestotrotz ist es ein ganz tolles Interview. Wer da nochmal reinhören möchte, da gab es ganz viele Tipps, wie man sich darauf vorbereiten kann und über den Wettbewerb in Detail. Und ja, das fand jetzt alles statt. Und wir beide waren vor Ort und wir wollen jetzt heute so ein bisschen das ganze Revue passieren lassen. Wir wollten das eigentlich vor Ort aufnehmen, aber da waren wir so überwältigt von Eindrücken, dass wir gesagt haben, lass es einfach eine Woche später machen. Ja, es war auch einfach so viel zu tun vor Ort. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein kann man das ein bisschen besser nochmal rekapitulieren. Genau, Tobi, lass es uns so machen. Ich übergebe dir jetzt mal das Mikro hier im Podcast. Und du fragst mich so ein bisschen aus über den Freitag und dann tauschen wir wieder die Rollen. Ja, also mich würde als erstes mal interessieren, wie lief es denn genau ab? Also ihr seid Freitag da angekommen und was dann? Also wurden dann erstmal die Becken zugeteilt oder wie lief das Ganze so ab? Genau, also wir sind ja ein bisschen unterschiedlich alle angekommen zu unterschiedlichen Zeiten. Es gab eine Anmeldung in der Scapers Lounge. Da hat jeder so sein, weiß ich nicht, so ein Goodie Bag bekommen. Das offizielle The Art of the Planet Aquarium T-Shirt. Und ja, noch so ein paar Kleinigkeiten. Die Aquarien waren schon zugeteilt. Da standen die Namen schon drauf. Und da gab es nochmal so ein zusätzliches Goodie Bag von Tropica. Mit so einem richtig coolen Tropica Armband, Handtuch. Ja, alles, was man halt so brauchen kann, direkt zum Scapen. Und um 14 Uhr wurden wir alle zusammen getrommelt. Und das absolut Neue dieses Jahr war ja, dass die Aquarien alle ausnahmslos komplett live eingerichtet wurden. Das heißt, nichts vorbereitet. Es gab einen riesigen Hardscape-Haufen. Da hat Aquadeco wirklich, ich weiß nicht, irgendwie Tonnen, Paletten, weiß ich nicht, Unmengen an Hardscape, an Steinen, an Wurzeln bereitgestellt. Gab es eine riesige Aufwahl, so einen riesen Haufen in einer Ecke. Und Pflanzen wurden von Tropica zur Verfügung gestellt. Die Kiste stand schon neben dem Aquarium. Und wie gesagt, um 14 Uhr wurden wir so zusammen getrommelt. Und dann gab es ein paar einleitende Worte vom Organisator, Herr Buhlmann, und von der Frau Hesse. Wo uns gesagt wurde, wie das dann jetzt alles nochmal abläuft. Und da war sozusagen der Startschuss. Wir durften uns das Hardscape aussuchen. Und uns wurde noch gesagt, bitte nicht hauen, auch nicht stechen. Seid nett zueinander. War es denn noch so? Ja, war es. Also, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Und alle haben gesagt, oh mein Gott, wir dachten, da geht gleich wirklich das Hauen und Stechen los. Aber überhaupt nicht. Die Leute hatten, würde ich mal sagen, eher so, ich will nicht sagen Angst, aber die waren so leicht zurückhaltend. Keiner wollte so gierig rüberkommen, sich dann alles schnappen. Die Leute sind so behutsam vorgegangen, haben sich so ein paar Sachen rausgesucht, haben es zum Aquarium gebracht, haben da ein bisschen rumprobiert, sind wieder zurück zum Haufen. Ja, das hat dann wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann wurde auch untereinander getauscht mit dem Hardscape. Also, so ging es dann halt los. Ja, und dann waren alle eigentlich schwer am Arbeiten bis abends oder bis dann zwischendrin. Und wenn man nochmal für so ein paar, ich sag mal, Votings wieder so zusammengetrommelt wurden, weil dann gab es ja so ein paar Unklarheiten und dann wurde irgendwie schnell abgestimmt. Es ging, glaube ich, um die Rückwandfolien. Und zwar hatte ich in dem bereits erwähnten Interview mit der Frau Hesse das selber thematisiert, dass man ja Rückwandfolien, Rückwandbeleuchtung verwenden darf. Aber irgendwie was so externe, sichtbare Technik wie zusätzliche Beleuchtung über dem Aquarium oder im Aquarium, dass man das entfernen soll. Und ja, einigen Teilnehmern war das nicht klar. Und dann viele hatten solche Rückwandfolien mitgebracht. Und dann wurde halt die Frage aufgestellt, was ist jetzt? Darf man selbst mitgebrachte Rückwandfolien inklusive Rückwandbeleuchtung verwenden oder nicht? Und dann wurde einheitlich oder mehrheitlich oder einstimmig, einstimmig kann man sagen, beschlossen, dass wir dann die Folien verwenden dürfen. Das ist schon geltendes Recht, das war die letzten zehn Jahre so. Und ja, dann ging es einfach weiter. Was mich noch interessieren würde, war irgendwas an Hardscape da, was irgendwie zuerst weg war? Also haben die meisten das Gleiche genommen oder war das wirklich schön aufgeteilt? Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich war ein bisschen auch in die Organisation mit eingebunden. Und wir haben uns da im Vorfeld mit dem Herrn Mayer von Aquadego ganz viele Gedanken gemacht und mit der Frau Hesse auch, wie viel Hardscape denn tatsächlich benötigt wird. Und haben so kalkuliert und so weiter, das ist Theorie. Und haben überlegt, wahrscheinlich werden die Leute Minilandschaft als erstes nehmen und davon ganz viel. Tatsächlich war das gar nicht so. Sehr überrascht waren es dann die Drachensteine und zwar die großen Stücke der Drachensteine. Die waren als erstes vergriffen und die übrigen mussten sich sozusagen dann helfen und dann aus kleineren Stücken das so basteln, um den Eindruck zu erwecken, dass das irgendwie, weiß ich nicht, was größeres halt ist. Das hat dann aber auch funktioniert. Also zum Beispiel der Zweitplatzierte, der Sebastian Hopf, der hat kleinere Steine, Drachen, Drachensteine verwendet. Und es hat auch gut funktioniert. Der hat für den zweiten Platz gereicht. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, war ja auch der erste Platz dann tatsächlich eher da mit den großen Drachensteinen, ne? Genau. Ob das jetzt wirklich an den Drachensteinen lag oder eher an dem Können von den Jungs. Ich glaube eher an dem Letzteren, aber tatsächlich Drachensteine in sehr groß waren am beliebtesten. Interessant. Ja gut, dann wart ihr da alle schön am Arbeiten und dann irgendwann, also war dann irgendwann Ende oder sind dann noch Leute bis, weiß ich, halb zwei nachts da geblieben? Wie lief das da weiter? Also, ich glaube um 18.30 Uhr war der Gong sozusagen. Okay, Leute, Feierabend. Das war ja noch so ein Messeaufbau, kein offizieller Messetag ohne Messebesucher. Und ja, dann mussten alle die Halle verlassen. Und dann ging es ins Hotel zu einem Meet & Greet. Da waren auch schon die Jurymitglieder dort, einige internationale Gäste kamen dazu und ja, viele haben irgendwie noch was zu Abend gegessen, haben nicht den Abend ausklingen lassen. Und ich war leider nicht so lange mit dabei. Ich musste dann wieder zurück zur Halle, weil am Samstag ja dieses Jury Battle oder Livescape auf der Bühne stattfand und nicht noch die Kameras dafür aufbauen musste. Das Messeteam hat mir da geholfen, hat die Vorbereitungen gemacht, so Stangenhalterungen und so weiter angebracht. Und ich bin dann nach dem Abendessen nochmal zurück zur Halle gefahren, um dann die GoPros, die Kameras dort anzubringen. Und bin danach tatsächlich auch wieder zurück ins Hotel, hab dann auch nochmal, ja, ein bisschen mit den Leuten geschnackt und dann früh ins Bett, um dann Samstag früh anfangen zu können. Ja, dann gehen wir doch jetzt direkt rüber zu Samstag und dann kannst du mich jetzt wieder fragen, weil Samstag morgen bin ich dann ja auch angekommen nach fünf Stunden Autofahrt, was eigentlich nur vier hätten sein müssen. Aber wie das dann so ist mit Baustellen und Stau. Ja, das ist ja ein ewiges Thema, die Autobahn in Deutschland. Aber genau, hier geht es um Aquaristik. Und zwar, ja, am Samstag ging es dann, ja, weiß ich nicht, auch früh morgens los. Wir haben dann alle an den Aquarien weitergearbeitet. Bis dann irgendwann um zwölf Uhr die Unterbrechung kam mit dem Bühnenprogramm und da warst du, glaube ich, das erste Mal richtig groß involviert. Was hast du da gemacht? Ja, bei dem Bühnenprogramm, also ich hab die Livestreams übernommen von der Messe und geguckt, dass wir auch diesmal so ein bisschen, ja, bessere Livestreams einfach kriegen. Also nicht nur so mit einem Handy und einem relativ mageren Ton, sondern ich hab geguckt, deshalb hab ich auch im Vorfeld sehr, sehr viele Livestreams auf meinem eigenen Kanal in letzter Zeit gemacht, um das alles durchzutesten. Dass ich wirklich mit den großen Kameras ankomme, mit großen Geräten und ich hab dann zum Beispiel auch den Ton direkt vom Mischpult bekommen, dass wir wirklich absolut sauberen Ton auch für die Livestreams hatten. Und ich glaub, das kam auch sehr, sehr gut an, dass wir da wirklich, ja, eine sehr, sehr gute Live-Coverage im Endeffekt hatten von diesen Events. Und das erste war ja auch dann dieses Live-Scaping-Event von der Jury, was ich auch mega spannend fand. Also die vier Jury-Mitglieder vom Theater's Replanted Aquarium, die da ihre 90Ps eingebaut haben und jeder hatte einen anderen Stil, jeder hat sich andere Gedanken gemacht. Du hast ja die Moderation die ganze Zeit übernommen, wir haben uns dann ja auch noch gegenseitig Fragen zugespielt aus dem Publikum, aus dem Livestream. Und ich glaub, das insgesamt war schon eine sehr runde Veranstaltung. Ja, das war schon richtig cool. Tobi, kannst du noch mal sagen, wer die Jury-Mitglieder waren? Ja, das war einmal natürlich Oliver Nott hier aus Deutschland, dann George Farmer aus England, Dave Chow aus, wo kommt er her? Hongkong. Hongkong. Und Adam Pacella, ich weiß nie genau, ob ich den Nachnamen richtig ausspreche. Ich sag Pacella, aber ich glaub, das ist auch nicht richtig. Ja. Aber ich glaub, das ist auch nicht richtig. Aus Polen auf jeden Fall. Genau. Ja, die Herren haben dann ihr Können unter Beweis gestellt und haben dann in drei Stunden wirklich geile Aquarien eingerichtet und ich hab das Ganze in Deutsch und Englisch irgendwie synchron moderiert. Wer das gerne noch mal angucken möchte, wer das verpasst hat, Schande, nein, Spaß beiseite, aber kann ja sein, dass jemand verhindert war. Es gibt den Livestream, Tobi, auf deinem Kanal. Genau, also alle Livestreams sind weiterhin als Video verfügbar, findet man ganz regulär auf meinem Kanal. Ist dann halt ein dreieinhalb Stunden Video, aber wirklich sehr, sehr spannend. Ja, also Link unten in der Beschreibung dazu. Dann ging's weiter, glaube ich, ganz normal mit dem Scapen. Viele Scaper haben durchgescapt. Ich musste sozusagen das Scapen unterbrechen und auf der Bühne eben moderieren. Und dann ging's sozusagen bis zum Abendessen noch wirklich fleißig weiter. Aber du warst ja auch als Team da, ne, für dein Aquarium. Genau, genau. Ich muss an dieser Stelle dann noch mal ganz großen Lob aussprechen für Florian Breindl, der mich da wirklich tatkräftig unterstützt hat beim Scapen. Oder, ja, wir haben eigentlich zusammengescapt, muss man dann sagen. Also nicht, dass er mich unterstützt hat, sondern wir sind wirklich als gleichrangiges Team irgendwie angetreten. Und während ich die drei Stunden auf der Bühne war, hat er so lange weitergemacht. Wir haben uns da so ein bisschen abgesprochen und das Nanoscape hat sogar er zusammen mit dem Stefan Graf gemacht, weil ich dazu einfach überhaupt nicht kam. Dafür hat die Zeit einfach nicht gereicht, weil irgendwann war am Samstag Feierabend, Schicht im Schach, da durften wir nichts mehr machen. Eigentlich hätte sogar die Bewertung schon am Samstag stattgefunden für die Aquarien. Das wurde dann wieder in so einem gemeinsamen Voting oder per Ankündigung von der Leitung auf Sonntag früh verlegt, sodass wir wirklich am Samstag noch mal bis abends Zeit hatten, die Aquarien fertigzustellen. Was auch wirklich tatsächlich nötig war, weil es war weniger Zeit. Wir haben ja Freitag 14 Uhr angefangen. In der Vergangenheit konnte man Freitag früh anfangen und es war ja nichts vorbereitet. Man musste wirklich sich alles überlegen, Pflanzen vorbereiten, Hardscape aussuchen. In den vergangenen Jahren haben die Leute ja die Sachen fertig von zu Hause mitgebracht, wo das Hardscape teilweise so in Modulen zusammengeklebt war oder auf einer Platte, dass man das nur noch ins Aquarium versenken musste oder man hatte schon ein fertiges Hardscape, man wusste, was man machen will. Die Pflanzen waren schon vorbereitet, dass man sie nur noch so positionieren musste oder im Nano, man hat einfach nur noch Wasser reingefüllt und fertig war das. Insofern kam die extra Zeit wirklich allen sehr, sehr gelegen. Ja, und dann ging das Samstagabend mit einem weiteren Event los. Tobi, das wieder gestreamt. Ja, erstmal das, aber erstmal war auch schön, also es hieß glaube ich Scapers Night und da war natürlich auch nett, es gab ein Abendessen mit dazu, es gab Buffet, also man musste sich vorher Karten dafür kaufen, extra nochmal. Und dann war aber auch wirklich für alles gesorgt. Also es ging ja hauptsächlich um die eher PLC Preisverleihung dort, aber gleichzeitig konnte man immer noch mal zwischendurch zum Buffet laufen, sich vernünftiges Abendessen holen, ein bisschen Nachtisch holen. Und es war schon eine sehr schöne Veranstaltung, fand ja auch in der Messehalle dann noch statt, aber an einem anderen Ort, also nett aufgebaut mit so ein paar Gruppentischen und dann eben einer großen Leinwand, wo dann die ERPLC Preisverleihung stattfand. Was einerseits allein deshalb schon interessant war, da also nochmal die Siegerbecken zu sehen, aber viele der Sieger waren halt auch vor Ort und wurden dann eben live dort geehrt und denen wurden die Preise übergeben und die Jurymitglieder haben dann auch nochmal jeweils ein paar Kommentare zu den Siegerbecken abgegeben und auch das war dann wieder komplett im Livestream. Auch das gibt es dann immer noch bei mir auf dem Kanal, wenn man das sich nochmal anschauen will und vor allem da auch nochmal die wirklich tollen Becken sehen möchte. Tobi, magst du gerade nochmal kurz den Unterschied zwischen ERPLC und diesem Live-Wettbewerb in Magdeburg erläutern? Ja genau, also der ERPLC ist der European Planted Aquarium Contest und es ist halt ein Fotowettbewerb. Also dort, wie ähnlich auch beim ERPLC, konnte man Fotos einreichen von seinem Aquarium und anhand dieses Fotos wurde dann das Aquarium bewertet und wurde dann das Ranking erstellt und nur anhand des Fotos sind dann eben auch die Sieger gekürt worden. Und ihr habt ja wirklich beim ERPLC das Ganze vor Ort live erstellt, macht natürlich den Unterschied, dass auf so einem Fotowettbewerb das Aquarium in der Regel schon viel länger eingelaufen ist, die Pflanzen sehen zum Teil besser aus, es ist halt alles eingewachsen und auf dem Live-Contest war es natürlich so, dass die Bewertung anhand eines Aquariums stattfand, was gerade mal einen Tag alt war. Und da musste man sich natürlich dann auch noch so ein bisschen Gedanken darüber machen, wie kann ich es jetzt schaffen, das Aquarium so aussehen zu lassen, als wäre es vielleicht schon älter, als wäre es schon eingewachsen. Ja, also die zwei Arten von Wettbewerben gibt es und die fanden jetzt erstmalig unter einem Dach sozusagen während einer Messe statt, beziehungsweise ERPLC fand im Vorfeld statt, aber die Verleihungszeremonie, die Siegerehrung, die fand im Rahmen der Tierweltmesse in Magdeburg statt. Ja, ich darf da nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, für mich war das nach der ERPLC-Verleihung nicht vorbei, ich durfte dann nicht mit ins Hotel gehen, sondern bin auf der Messe geblieben und habe alle Aquarien fotografiert, was dann irgendwie die halbe Nacht dauerte, weil, ja, wie du eben sagtest, die Aquarien dann eben nur einen Tag alt waren und teilweise sich die Teilnehmer gedacht haben, ach, ich mache da Sonntagfrüh nochmal irgendwie das letzte Mal sauber die Scheiben putzen oder die Oberfläche abkeschern, aber, da ich ja schon vorher fotografiert habe, wollte ich die Aquarien möglichst schön ablichten und dann habe ich eigentlich bei jedem nochmal ein bisschen rumgeputzt. Das hat wirklich, wie gesagt, die halbe Nacht gedauert. Da nochmal ein ganz großes Dankeschön an Florian, der die halbe Nacht mit dabei war und Jan Franzitzak, auch ein Teilnehmer des Wettbewerbs, der wirklich bis zum Ende mit mir da war, weil den Florian dann ein bisschen früher noch ins Bett geschickt. Ja, du warst dann wahrscheinlich vielleicht nochmal im Hotel? Genau, also wir waren danach im Hotel. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht lange noch unten in der Bar geblieben mit den ganzen anderen Leuten, weil einfach dadurch, dass ich ja am Morgen schon um, ich glaube, wir sind um drei, halb vier aufgestanden, damit wir halt rechtzeitig losfahren konnten, um dann eben auch anzukommen und mit der ganzen Arbeit vor Ort. Ich war halt auch echt fertig und wollte dann auch mal in Ruhe schlafen, so langsam. Aber ja, also alle anderen Teilnehmer sind dann natürlich noch unten im Hotel geblieben. Wir waren ja alle oder mehr oder weniger alle im Hotel One und da hat man sich dann eben unten an der Bar noch getroffen, hat noch einmal was getrunken, hat noch ein bisschen gequatscht über den Tag und hat das Ganze dann auch ganz nett ausklingen lassen. So, dann sind wir schon beim Sonntag, dem finalen Tag. Sonntagfrüh um neun Uhr fand die Wertung der Aquarien statt. Deswegen hatte ich den Florian auch ins Hotel geschickt vorzeitig, damit er nämlich als Erster auf die Messe gehen kann, also aus unserem Team, um unser Aquarium dann final noch mal für die Wertung vorzubereiten. Das heißt, noch mal zu checken, dass die Scheiben sauber sind, dass die Oberfläche sauber ist, die Technik zu entfernen, damit nichts irgendwie so den, ja, den Blick der Jury irgendwie trübt und ja, einfach das Licht einzuschalten und einfach noch mal zu gucken, ob da alles passt. Und ja, und dann hat sich die Jury da dran gemacht, die Aquarien zu bewerten und dann fand später die Siegerehrung auf der Messe statt. Genau. Aber Sonntag fand noch mal was anderes statt und zwar die, wie heißt es, wie nennt sich das? Aquarium Design Meisterschule. Aquarium Design Meisterschule. Ich glaube, jedes Mal spreche ich das falsch aus. Ja, ich sage auch eigentlich nur noch Meisterschule, es ist dann doch irgendwie kürzer. Ja, aber genau, also die fand auch ab 9 Uhr tatsächlich statt, beziehungsweise ab 9 Uhr haben wir uns da getroffen, haben wir das alles zugeteilt. Aber erst mal, was ist das überhaupt? Es veranstaltet von JBL in Zusammenarbeit mit Tropica und Juwel in diesem Jahr und man konnte sich dafür vorher bewerben als Schüler und dann wurden vor Ort jede Meister, wir waren sechs Meister, das waren ich, das waren der Florian, der letztes Jahr noch als Schüler dabei war, der war dieses Jahr als Meister dabei. Letztes Jahr war zum Beispiel auch Stefan Graf mit dabei, der hat es dieses Jahr leider nicht geschafft aus zeitlichen Gründen, weil er ja auch noch sein eigenes Wettbewerbs-Aquarium machen musste. Sascha Heuer war mit dabei als Meister und dann eben noch drei weitere und denen wurden jeweils zwei Schüler zugeteilt und wir haben dann zusammen in diesen Dreierteams ein komplettes Aquarium von Null aufgebaut. Also wir haben halt ein Juwel-Aquarium da stehen gehabt, alles an Zubehör von JBL, wie gesagt, und Pflanzen von Tropica, die mussten wir uns im Vorfeld aussuchen, im Vorfeld schon mal bestellen und Hardscape lag dann sozusagen im Ermessen des Meisters, ich finde den Begriff ein bisschen schwierig, aber im Ermessen des Lehrers würde ich vielleicht eher sagen und ich hatte mich dafür entschieden, eine ganze Menge Dragonstones mitzubringen. Ich hatte vorher irgendwie knapp 27 Kilo geholt und ja, da nochmal großes Dankeschön an den Zoon Kuremscheid, der mir die zur Verfügung gestellt hat und damit haben wir dann nämlich bei uns das Aquarium aufgebaut. Wir haben dann eben ein Layout entwickelt und das auch zusammen bepflanzt und an diesem Konzept ist eben halt das Wichtige oder vor allem auch das Schöne, ich kann zwar meinen Input reinbringen, aber das Wichtige ist halt, dass die Schüler selber daran kommen, sowas zu machen. Denn das Konzept ist eben auch, dass man den Leuten, den Schülern, aber auch den ganzen Zuschauern, die da vorbeikommen, die sich das natürlich live angucken konnten, wie wir da die Aquarium eingerichtet haben, die Angst nimmt, sowas einzurichten. Denn häufig kommt vielleicht vor so, ja, das ist jetzt, wenn das fertig ist, sieht das alles so toll aus, aber das würde ich ja nie hinkriegen. Und genau dieses, das würde ich ja nie hinkriegen, versuchen wir da dann eben mit diesem Konzept sozusagen, ja, wegzunehmen, um dann eben Schritt für Schritt mit den Schülern sehr persönlich da voranzugehen und sagen, hier, pass auf, so kannst du da rangehen, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das und dann kommt am Ende da halt ein schönes Aquarium bei raus und das natürlich den Zuschauern, die dann vorbeikommen, auch mitzugeben dabei. Ja, so war das nochmal ein sehr, sehr schöner Rahmenprogrammpunkt am Sonntag, der, wie gesagt, durch die Verleihungszeremonie, glaube ich, so ein bisschen unterbrochen wurde. Teilweise haben aber einige Meister einfach weitergemacht, glaube ich, in der Zwischenzeit. Ja, wir waren ja direkt neben der Bühne dann auch mit den Aquarien, von daher hat man ja trotzdem das meiste mitbekommen, selbst wenn man da noch am Becken stand. Aber ansonsten, klar, war dann um 14 Uhr sozusagen Mittagspause angesagt und ich musste danach dann auch noch weitermachen. Wir hatten es zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett bepflanzt und noch nicht befüllt. Das heißt, ich habe auch dann nach der Siegerehrung noch alles vervollständigt. Und das Schöne bei der Meisterschule ist eben auch, dass das Becken, was dann da steht und was eingerichtet ist, das ist halt im Besitz des Teams. Und wenn jetzt jemand aus dem Team dieses Aquarium mit nach Hause nehmen möchte, dann kann er das mit nach Hause nehmen. Und das ist natürlich ein mega, mega Anreiz, sich dann dafür auch zu bewerben, weil man bekommt dann halt, wenn man sich mit dem Teampartner einigen kann, halt so ein komplett fertiges Aquarium, was auch wirklich einen ordentlichen Wert darstellt und was man dann zusammen auf der Messe eingerichtet hat. Und das ist schon ganz nett. Ja, das war auch, glaube ich, der Punkt, warum auch beim Art of the Planet Aquarium Wettbewerb wirklich innerhalb von einer Woche oder so alle Plätze vergriffen waren, weil da war das auch so, man hat so eine Startgebühr, die gab es in den letzten Jahren ja auch immer, aber dieses Jahr komplett, das ganze Hardscape, Boden, Grund, Pflanzen, wurde alles zur Verfügung gestellt und so konnte man eigentlich für einen recht kleinen Betrag, wenn man an dem Wettbewerb teilgenommen hat, ein komplett eingerichtetes Aquarium mit nach Hause nehmen. Tobi, haben wir irgendwas ausgelassen? Ja, 14 Uhr Siegerehrung. 14 Uhr eure Siegerehrung vom The Arts of the Planted Aquarium. gab es dann auch wieder live, gab es auch wieder als Livestream natürlich, ja, wo dann eben die XL und die Nano-Kategorien bewertet wurden. Ich glaube, die Top Ten wurden gezeigt. Ja, ja, richtig. Und die anderen Plätze gab es schlichtweg nicht. Es wurden nur die Top Ten bekannt gegeben. So wurde das entschieden, ja. Wer da die Platzierung nochmal sehen will, ja, der guckt sich am besten deinen Livestream an. Ja, da sieht man das. Ja, und dann muss ich dir natürlich auch nochmal gratulieren, zumindest für das XL-Becken. Warst du, was war es, Sechster, Siebter? Ähm, ich glaube, wir sind Vierter geworden. Florian und ich, ja. Vierter oder Fünfter? Ich weiß es gerade, also ich weiß es auch nicht mehr, aber du warst auf jeden Fall in den Top Ten. Oder Sechster. Oder Sechster. Das weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwie sowas. Vierter, Fünfter, Sechster. Ähm, ich habe dem Florian die Urkunde gegeben. Eine Trophäe gab es für uns nicht. Die gab es dieses Mal nur für die Top 3. Und irgendwie, das war so viel und so wenig Schlaf. Ich habe das vergessen, welcher Platz das jetzt im Endeffekt für uns war. Aber ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Da kann ich es nochmal nachgucken. Ja. Ähm. Und wie alle guten Dinge, ging dann auch der letzte Messetag irgendwann zu Ende. Ich glaube, die letzten Stunden haben wir beide noch damit verbracht, ähm, noch möglichst viele Videos zu filmen. Du für deinen Kanal, für MyFish, ähm, ich für meinen YouTube-Kanal. Und irgendwann wurde es ganz unruhig in der Halle, weil dann hieß es, ihr dürft abbauen und dann wie ein Ameisenhaufen, sage ich. Also da wurden die Aquarien noch schneller irgendwie leer gemacht und auseinandergeräumt, als sie eingerichtet wurden. Und eingeladen, abtransportiert. Und dann hat sich das Ganze auch sehr schnell geleert. Ja. Und gerade so Messeaufbau und Abbau, das macht man sich als Besucher ja gar nicht so wirklich klar. Aber das ist echt unfassbar stressig, wenn dann da alle durcheinander laufen. Und jeder braucht noch irgendeinen Schlauch und einen Eimer. Und wo finde ich jetzt das und das? Also es war auch ein Erlebnis, das dann mal mitzuerleben. Tobi, ähm, damit haben wir einen schönen Rückblick von der Messe. Lieber Zuhörer, hoffentlich hat es dir gefallen. Nächstes Jahr wieder dabei? Auf jeden Fall. Also Magdeburg ist ein fester Termin mittlerweile. Auf jeden Fall. Ja, bei mir auch. Und lieber Zuhörer, bei dir hoffentlich auch. Und uns beide kann man dort antreffen. Den Tobi und mich und viele, viele andere. Matthias aus unserer, den Community Manager von MyFish. Der war ebenfalls vor Ort mit seinem Hund Zoe. Ja, ist einfach toll, sich dort zu treffen. Tobi, was würdest du sagen, warum lohnt es sich nochmal auf so eine Messe zu gehen? Warum lohnt es sich da immer wieder hinzugehen? Warum machst du das? Also hauptsächlich, um wirklich alle Leute zu treffen. Weil also gerade Magdeburg, gerade mit dem Wettbewerb, das ist wirklich so ein Event, wo einfach jeder hinkommt, der irgendwie in dieser Szene drin ist und irgendwie Spaß daran hat, so einen Aquascape einzurichten. Und ich habe eigentlich den Tag über, wenn ich nicht gerade irgendwie vorm Laptop saß und die Streams betreuen musste, ich habe nichts anderes gemacht, als mit Leuten zu quatschen die ganze Zeit. Und das ist eigentlich für mich so das Allertollste dabei. Also lieber Zuhörer, wenn du den Tobi mal in live erleben willst, dann komm auf die nächste Messe. Spätestens in Magdeburg in einem Jahr. Bestimmt auch nochmal auf eine andere. Tobi, ich danke dir für deine Zeit, für dieses tolle Interview. Ja, gerne. Und ich würde sagen, einfach bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Das war das Interview mit Tobias Gavrisch mit dem Rückblick auf alle Highlights der Tierweltmesse 2019 in Magdeburg. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen erwähnten Links, zum Beispiel zu den Livestreams, findest du wie immer unter www.mein-fisch.org-episode199. Warst du selbst in Magdeburg? Und wenn ja, welches Event hat dir am meisten gefallen? Nächste Woche geht es gleich weiter mit Tobias Gavrisch. Wir haben im Anschluss an dieses Interview noch ein kleines Pflanzenspecial aufgenommen. Darin verrät ja Tobi seine Top 5 Special Pflanzen. Neugierig? Dann abonniere Maifisch jetzt und verpasse keine neuen Folgen mehr. Das war maifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Joris